Tina, was machst du da? Hallo? Tina, so meine ich das doch gar nicht. Hallo, was machst du da? Ich meinte, deine Tasche muss gewaschen werden. Aber wieso wäschst du das schon so? Ich meinte, ey, hallo, Tina. Hallo, Mama muss die Tasche waschen. Ich meine damit Waschmaschine, Tina. Komm, ich zeig dir. Komm, ich zeig dir, was ich meine. Guck mal, genau so, guck mal. Mach mal die Waschmaschine auf. Ist gerade voll. Aber, Tina, ich meinte damit, Mama muss das waschen. Nicht du musst das waschen. Hallo? Nicht du musst das waschen, sondern Mama muss das waschen. Guck mal, das ist dreckig, deine Tasche. Oh, Mama soll das waschen. Wow. Ich schwöre, Leute, das ist unglaublich. Man sagt immer, geh Hände waschen, mach das. Aber man sagt einfach, die Tasche muss gewaschen werden.